Warte mal. Kleinen Schatz. Die Lösung der Stärke. Weiß nicht, passiert da was? Schau geh. Aha, verstehe. Der Sockel für die, Dio. Und da kommt der große Meister. Was sagt er? Achso. Der braucht man nicht drüber. Meister der Lampe. Ich komm jetzt. Die Katakomben gibt es schon da. So, Doktor Kundenbrunzer. Gehen wir daheim? Gehen wir daheim? Gehen wir daheim? Er ist ja da drin. Macht euch bereit. Da vorn wartet er da. Aha, da ist er. Er ist auch mal vier Geister. Und er der Blödmann. Freunde, ihr seid Trouble. Gehen wir daheim? Ja, bitte. Ich hab' den Pumpe klein, wir gibt ja nicht. Gehen immer. Nein, Mann, retten drum. Ein Herausforderer ist in der Nähe. Niemand kommt. Ich bin lieber gut. Kaugegungen. Badaf, er hat die Giftnummer. Malko ran. Bruder, reingehen doch. Badaf, genommen schon. Die Kaut, aber komm gleich nochmal. Ich werde gleich wieder mitbischen. Nein! Bei dir doch! Hey, der Blutmann! Boom, erledigen. Oder nicht, er heilt dich, die dummes auch! Glaubt ihr, es war das nicht endlich vor euch, Mario? Geh'n Schatten, warte mal. Kleine Trinkpause. Geh'n Schatten! Geh'n Schatten! Die Klune tut's auch. Mal'n Schatten! Na ihr Durst, nehm'n Schatten! Meine Heilung, wie du ich immer? Es ist vollbracht. Ausgetaubert. Der Schender ist besiegt. Nehmt den Erbrecher von seinem Sockel. Ja gut, war eben so schlimm, oder? Der Dämmerbrecher. Leichen brauche ich. Leichen. Ich habe die Kohle, sehe ich das? So schaue. Der will recht durch Leichen. Wer jetzt getocht. Ich habe zehn Leichen. Ich bin bei tausend Goldstücken. Leiter konnten nicht reich werden. So gut, genug Leichen geplündert. Der hier doch der Dämmerbrecher. Wo ist denn? Was ist denn? Wie ist das? 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 Namen, auf das mein Einfluss wachse. Die Klinge schwingen. Ja gut, wir schwingen. Möge das Licht der Gewissheit eure Bemühungen leiten. Aber ich glaube, bevor ich die Klinge schwinge, werde ich wahrscheinlich verkrafte. Ja gut, abgeschlossen. Vielleicht so, was ist denn das für welche? Die Kaiserlichen? Sturmwantel, ja gut. Könnte ich breiten. Bei dir, die mag ich nix im Dom. Einsamkeit? Was sagt du dazu? Machst du da rum? Wir warten gerade in der Nacht. Und das Donner zum Unter. Geht weiter. Weiter, Freunde. Auf nach Einsamkeit. Oh, schau's raus. Wo stehen du? Banditen? Die Wächter von Stender. Und? Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Gibt's Heilung? Möge Stenders Licht euch von euren Übeln befreien. Ja gut. Haben tun sich das befreit. Ich würde einmal sagen, das ist ein direkte Weg nach Einsamkeit. Baby, schaut raus. Kommt du. Ich trödel wieder. Beide auf Einsamkeit. Wahrscheinlich die Richtung. Besonders weit war es da nicht. Aber hallo. So, da haben wir. Haben wir da schon. Geilmund. Habt ihr in den Ställen etwas zu tun? Seit ungefähr acht Jahren. Ich arbeitete mal als Söldner. Aber nach einer Reise in die Rabennarbenhöhle war es damit vorbei. In dieser Höhle gibt es Hexenraben mit Klauen wie Dolchen. Wenn man sie an sich heranlässt, schlitzen sie einem in Windeseile den Bauch auf. Solche Kreaturen lassen einen darüber nachdenken, was man vom Leben erwartet. Wenn ihr unterwegs nach Einsamkeit seid, wird ihr zwischen euch mal die Aussicht genießen. Es lohnt sich. Pferdklauen. Pferdklauen. Meist ein Koglidi. Wir sind die Ställe. Kattler. Wenn ihr etwas Geld braucht, könnt ihr uns gerne bei der Feldarbeit helfen. Nein, Mann. Oder Frau. Was gibt's denn? Eine Haufengeierer Woche. Bitte Haufen. Kann ich sehen? Ich kümmere mich um die F... Redet mit Gaim und wenn ihr... Nicht wirklich gut. Alle haben Mitleid mit mir und behandeln mich nicht schlecht, aber... Meine Eltern waren in der Armee. Es gab... Ein Hinterhalt. Kattler hat gesagt, sie würden mir zu essen geben, wenn ich mich nützlich mache. Ich kümmere mich um die Tiere. Mache Besorgungen. Und Botengänge. Diese ganzen Sachen. Ich glaube, es könnte schlimmer sein, aber... Ich will nicht mehr draußen bei den Pferden schlafen. Ich möchte ein Zuhause und Eltern haben. Nicht... Das hier. Adoptieren. Ja, bloß nicht. Meine Eltern waren in der Armee. Es gab... Ein Hinterhalt. Kattler hat gesagt, sie würden mir zu essen... Ich glaube, es könnte schlimmer sein, aber... Ich will nicht mehr draußen bei den Pferden schlafen. Ich möchte ein Zuhause und Eltern haben. Ich möchte ein Zuhause und Eltern haben. Ich möchte ein Zuhause und Eltern haben. Ich möchte ein Zuhause und Eltern haben nicht... Nicht... Das hier. Deja. Ihr da. Redet mit Eierbrüdern. Deja hat keine Worte für euch. Ihr habt kein... Wir wollten Messer. Wollt ihr sie in euren Bauch? Nein. Dann hört auf, mit Deja zu reden. Entschuldigt. Ich war in Gedanken versunken. Ich plane meine Hochzeit, wisst ihr. Es gibt so vieles zu bedenken. Wobei, der möchte ich nicht gerne jetzt. Wer will doch Einsamkeit. Wir wollten Messer. Wollt ihr sie in eurem Bauch? Nein. Dann hört auf, mit Deja zu reden. Besser auf, mit Einsamkeit befindet sich da hinten. Zu Konsensum. Zu Konsensum. Ja und. Gut geht's. Verschulden. Freunde, wir befinden uns in Einsamkeit. Mal schauen, wo mir da geboten wird. Ich binfinder. Ich binfinder. Mal schauen, wo mir da geboten ist.